Nach dem letzten Video wurde ich gefragt, sind denn in einem Gantt-Diagramm nicht Meilensteine drin? Wie kann man das machen? Was passiert auch, wenn das Projekt länger als einen Tag dauert? Hier habe ich mal eine andere Variante. Hier sehen wir nochmal unser Gantt-Diagramm vom letzten Video. Hier ist sehr aufwendig diese Zeitachse hier entsprechend formatiert worden, hier mit der Umrechnung von 24 Stunden, Faktor 1. Das Problem hierbei, das sie hier gibt, ist, dass am nächsten Tag dieses Projektes ja wieder um 8 Uhr begonnen wird. Das heißt, diese Reihe führt sich dann unten um 8 Uhr wieder fort. Dabei soll ja ein Gantt-Diagramm hier diese Strecke entsprechend fortführen. Das heißt, wir bräuchten hier zwischen 8 und 11 Uhr dann nochmal eine Zeitskala mit Tag 1 und Tag 2. Hier wird es natürlich schwierig. Man könnte hier natürlich sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Diagramm und das nächste setze ich daneben. Aber es gäbe noch eine zweite Möglichkeit. Wir sagen einfach, wir formatieren hier nichts als Uhrzeit, sondern einfach als feste Werte. Wir beginnen wieder bei 0 und tragen dann die gebrauchten Minuten ein und sagen dann in der mittleren Spalte, die Anfangszeit plus die verbrauchten Minuten ergibt die Endzeit und diese Endzeit wird nach unten übertragen, was dann wieder die Anfangszeit darstellt. So, wenn man das entsprechend abbildet, dann führt sich die Reihe natürlich entsprechend nach unten fort. Und was ich hier jetzt noch neu eingebaut habe, sind die sogenannten Meilensteine. Ein Meilenstein setzt man immer, wenn praktisch ein Arbeitsschritt entsprechend abgeschlossen ist. Also zum Beispiel dieser Flyer hier oder dieses Plakat besteht aus zwei Arbeitsschritten. Einmal eine Skizze für ein Plakat, dann die Bildsammlung für ein Plakat und dann, wenn das Ganze abgeschlossen ist, setzt man einen entsprechenden Meilenstein. Gut, der Meilenstein darf natürlich keine Minute bekommen. Damit wir ihn aber abbilden können, brauchen wir eine dritte Spalte. Okay, setzen wir erst einmal unser ganz normales Gantt-Diagramm. Hier muss ich wieder zwei Daten rein markieren, also einmal hier diesen oberen Bereich mit und die Spalte D, dann kann ich sagen, Einfügen, Balkendiagramm, gestapelt. So, und man sieht jetzt hier schon dieser Bereich, halt zuerst muss ich diese Achse natürlich umdrehen, also Kategorien in umgekehrter Reihenfolge. So, jetzt beginnt es hier mit den 20 Minuten und die blauen Balken, die formatiere ich entsprechend farblos, die Ränder auch. So, und man sieht hier schon bei den Meilensteinen, da ist hier jetzt nichts drin. Da kann ich jetzt nochmal mit einem Rechtsklick draufgehen, sage Daten auswählen und dann kann ich natürlich hier eine nächste Datenreihe entsprechend eingeben. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, hier muss ich natürlich sagen, hinzufügen und dann die Reihenwerte, die bekommen wir entsprechend hier. Okay, also wir haben jetzt einen nächsten Reihenwert, den muss ich natürlich noch eintragen, am besten mit 10, dass sich das entsprechend groß abbildet und die Legende, die kann ich löschen. So, jetzt gehe ich her, mit einem Rechtsklick und sage Datenreihe formatieren. Und ich kann jetzt diesen Balken eine sogenannte Füllung geben, und zwar eine Bild- und Texturfüllung. Und da wähle ich entsprechend ein Bild aus, so eine Raute. Und dann habe ich jeweils bei einem Meilenstein hier so ein entsprechendes Steinchen gesetzt. Man sollte hier den Wert 10 haben, weil wenn man hier das auf 1 setzt, dann sieht man das hier kaum. Und wenn man diesen Wert noch weiter erhöht, dann ist das ziemlich in die Länge gezogen. Also der Wert 10 hier, der passt schon sehr genau.